Hallo, in diesem Video zeige ich euch einen schönen Ausblick über den Bismarckstein. Ich bin hier oben auf dem Bismarckstein und jetzt zeige ich euch einen schönen Ausblick über Nadal. Und wer den Ausblick live genießen möchte, kann ja hierher nach Nadal fahren mit dem Zug oder mit dem Bus, je nachdem. Oder mit dem Auto. Und dann nach dem Flug ist man gleich noch mal. Ciao. Ciao.